Das Highlight sind die vielen Ausstellern und Besuchern, die hier vor Ort sind und die wieder zu erleben können, Geschäfte machen, Netzwerke, auch Produktneuheiten zu präsentieren hier auf dem Messeplatz Bern. Die grösste Herausforderung an dieser Messe sind sicher die stets wechselnden Schutzbestimmungen, die wir haben umsetzen müssen. Für das Messeteam, Ornaris wie auch für Bern Expo ist es die erste Messe unter diesen neuen Voraussetzungen. Weitere Highlights sind sicherlich unsere Sonderzone Fresh Ideas und Design und Anstarter, wo man die neuen Startups sieht, sowie auch die Fachmesse Ordinal, die zuerst mal während der Ornaris hier auf Platz besucht werden kann. Das grösste Highlight ist sicher, dass wir wieder nach anderthalb Jahren Messepause die Messe wieder durchführen können und die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen. Es ist sehr gut angelaufen, wir hatten einen tollen ersten Tag und wir sind generell sehr zufrieden. Unsere Ausstellung ist sehr wichtig, wie wir hier sein können, direkten Kontakt zu haben und wir sind glücklich. Ich habe mich so auf diese Messe gefreut. Wir hatten eine sensationelle Messe als Videodesign. Die Kunden haben mich so gefreut, dass sie wieder an eine Messe kommen können und auch bei der OrderNow. Auch dort ist es mir einfach dankbar, dass man wieder mit den Leuten in Kontakt sein kann, dass man ohne Maske unterwegs sein kann. Die Stimmung ist meiner Meinung nach extrem positiv und das ist echt ein Highlight. Es war sehr schön, dass es wieder zu Stand gekommen ist. Jetzt ist es wieder sehr gut und wir sind auch sehr positiv gestartet. Wir haben das Verhalten gestartet und dann ist es losgegangen. Wirklich sehr gut. Es ist sehr cool, wirklich mal so etwas auszuprobieren. Jetzt habe ich viele Sachen online gesehen und jetzt kann man es wirklich mal ausprobieren, testen, schauen, wie es funktioniert und sich dann entscheiden, ob es etwas ist oder nicht. Es hat einfach sehr viele Leute und es ist schön, nach eineinhalb Jahren diese Leute wieder mal zu sehen. Es ist ein bisschen kleiner, die Messe, aber die Leute sind mehr relaxed als vorher und man merkt die Freude, die sie haben, wieder dürfen einzukaufen. Durch das, was man eigentlich im normalen täglichen Leben immer muss, die Maske anhaben, ist es super, dass wir das organisieren können, dass wir das auch ohne Maske machen, dass man wirklich die Leute sieht und nicht nur ein bisschen von den Augen, sondern halt wirklich, dass man ein Lachen entgegennehmen kann und ein Lachen aussenden muss. Euer Christian.